Die Cloud. Wo jeder von überall Zugang auf seine gespeicherten Dateien hat. Es ist schwer zu sagen, wie sicher sie ist. Wenn du mehr Speicherplatz benötigst, kostet das wahrscheinlich auch mehr Geld. Und wenn dir viele andere Menschen nichts ausmachen, ist es eine wunderbare Idee. Aber wir haben eine bessere. Jetzt neu, die MyCloud. Endlich deine eigene Cloud. Endlich deine eigene Cloud.